Tag Leute und Willkommen zum Flughafen Feuerwehr Simulator 2013 Es geht weiter als Feuerwehrmann Anwärter ein unfallfreier Tag läuft Sieht im Moment nicht sonderlich gut aus, aber naja, passt schon Ich meine, der Posten des Feuerwehrmann Anwärters ist ja auch ein toller, oder nicht? Nein, das ist kein toller Posten Also eigentlich mag ich doch diesen Job Alleine Durch den ganzen Flughafen zu rennen Nur meinen kleinen brennenden Koffer zu löschen Ja, wohl alleine bin ich ja gar nicht Ich meine, ich hab mich, ich hab meinen Feuerlöscher und ich hab den Brand Ja, und die Tussi an der Ansage Tag, ihr Nasenbären Moin Ähm, ich hab mich, ich hab den Feuerlöscher und ich hab die Ansage Tussi Ach ja, und den Brand, stimmt Mich, den Feuerlöscher, den Brand und die Ansage Tussi Nicht schlecht Richtig famous, ey, meine Fresse Was hab ich denn alles drauf? Ah, und so, raus aus der Karre Dann die Karre auf Dann die Karre ein Dann die Karre raus Dann die Karre rein Dann die Karre rein Dann die Karre raus Dann die Karre raus Dann die Karre rein Ein bisschen dreckig was Licht Blinker Blaulicht Tata Kannst wieder reinfahren So schnell geht das Dort so Richtig professionell, Leute Ey, meine Fresse Was ein geiler Scheiß Morgen Alter Wie geht's? Mir geht's klasse, danke Bin heute richtig motiviert hier Was richtig Wie sagt man? Ertragreich Sagt man das nicht nur beim Bauern? Wenn eine Ernte Ertrag Viel Ertrag bringt Dann sagt man das doch, oder? Ich weiß das nicht Ich weiß das nicht Kann mir da eine Werder helfen? Wie heißt das? Das heißt Ertrag Entschuldigung Ich bin halt einfach blöd Da passiert sowas mal Also Nebenbei Wollte ich mal ausprobieren Was ist hier dringend? Ah, hier ist das Club Ach Da muss ich nämlich auch noch was machen Ich dachte schon Denn hier stinkt das immer so gewaltig Da denkt man immer Hier hat einer geschissen Und nicht abgespült Ey Das ist ganz, ganz Boah Stinkt das hier Moin Aha Aha Warte, dann muss ich gerade was ausprobieren Warte Warte Ach komm jetzt Ah, geht doch Nein, bleib da drauf Nein, bleib doch da drauf Ey, das kann doch nicht Du dummer Mensch Du dummer Mensch So, jetzt stehe ich auf der Stuhl hier Und dann drauf Das ist auf jeden Fall Realist Warum fliege ich da immer wieder runter? Hahaha Ich kann durch die Decke durchgucken Das ist doch nicht super Hahaha Hahaha Das ist überhaupt keine Decke Das ist so super Aber das ist ja Die ist ja Die Wand ist echt dreckig Meine Fresse, Leute Können die ja nicht mal sauber machen Das geht doch echt nicht Da muss ich jetzt echt nur sagen Das ist nicht gut Ah, hier ist der Konferenzraum Und was haben wir hier? Hallo Hi Ich bin's Kennst du mich? Warte 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 Lass mich mal auf deinen Scho Ah, danke Ich stand letztendlich auf deinem Schoß Hast du es gewusst? Ich steh schon wieder auf deinem Schoß Hast du's auch gefallen? Ja, fit? Ja, immer fit Das sind die Die Rutschstangen Ja Gepinnt hab ich schon Ey, Opa Wo rennt der Opa hin? Wo rennt der Opa hin? Hallo Lasst auf euch auf Florian 1 Ein Leitstand Melde Einsatz angenommen Ich dachte nämlich gerade schon Der Opa Würde in mein Zimmer wieder reingehen Wo er sonst immer rauskommt Aber heute war er nicht so blöd Hab ich ihn verfolgt Und deswegen hat er sich nicht getraut Deswegen hat er sich nicht getraut Sie in mein Zimmer zu legen Und dort Ich rede einfach nicht weiter Das ist ja interessant Wie lustig Wie lustig Warte 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 Da Da Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Die sind einfach durcheinander durchgefahren Die sind einfach durcheinander durchgefahren Und ich darf so ein Flugzeug nicht mal schräg angucken Das ist so schlimm Ich darf so ein Flugzeug nicht mal schräg angucken Und die können einfach durch sich durchfahren Das ist doch mal so richtig scheiße Was soll der Kack? Florian 1 an Leitstand Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen Das ist ja mal ein geiles Teil Das ist doch ernsthaft unfair Mann ey Mein Gott Alter Ich glaub ich bin überfordert Das sind vier Mülltonnen Und drei Müllsäcke Und noch ein Karton Und noch ein Stromkast Hilfe 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 Jetzt hab ich echt Angst Ich bin überfordert Ich bin doch grad mal vorher Wenn man anwärter Hilfe Was ist los? Florian 1 an Leitstand Melde Fahrzeug frei auf Funk So viel So viel Verantwortung Das kann ich gar nicht tragen Das könnt ihr mir doch nicht zumuten Bitte Bitte Danke Oh da landet ein Gerade ein Flugzeug Ich bin doch gar nicht Ich bin doch gar nicht Das wollte ich doch gar nicht Das wollte ich doch gar nicht Bitte seid mir nicht böse So wie die Mia Böse Ah Ah Bombs Was ansetzen Ich schmeiß mich weg 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 Ich schmeiß mich weg 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 Jo ich schmeiß mich weg 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 Ich schmeiß mich Ich schmeiß mich weg Jo ich schmeiß mich Ich schmeiß mich Ich schmeiß mich Ich schmeiß mich weg Ich schmeiß mich weg Es ist ganz so einfach zu reden Wenn man so viel hintereinander sagen muss Einsatzleitung Mein Gott, guck dir das mal an Ich bin Einsatzleitung Das ist voll unlogisch Warum ist man als Feuerwehrmann Anwärter Einsatzleitung Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Was soll das? Das passt doch irgendwie nicht Irgendwie haben die das verwechselt Da war was verwechselt Deswegen müsste die Einsatzleitung Das Beste sein Muss ich das verstehen? Okay, ich versteh's nämlich nicht Das ist mir irgendwie Ein Mysterium Das Mysterium des Objahns Ist kein Mysterium für mich Ach ja, dieser Film Johnny English Ein unglaublich toller Film Kennt ihr den? Wenn den kennt, schreibt es in die Kommentare Ein super Film Finde ich wirklich grandios Ah, da kommt ein Flugzeug Aber der Film ist Topikowski-Furz Ich rede einfach nicht weiter Sonst kann ich nicht reden Sonst ist auch gefangen Ha, was ne Drehung Ich glaub das nicht, ey Guck mal, du Treppe Du Treppe Was veranstaltet Hallo? Was veranstaltet er da hinten? Nein 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 Polizei Dein Freund und Helfer Was veranstalten die hier? Halt, stopp Jetzt reicht's Also mal stehen geblieben Was ist das denn für ein Flugzeug? Ja, ich glaub ich kenn das Das ist das größte Flugzeug der Welt Glaub ich Zumindest wenn es Original groß hat Ach, da ist es Weiß es nicht Naja, egal Ich dachte hier gerade Lieber ein Flugzeug-Sex betreiben Aber das scheint mir nicht der Fall Wäre auch zu betracht Ein Einsatzbefehl für Florian 1 Von der Gedeckausgabe A im Passagierterminal Wurde ein Alarm gemeldet Hier hat eine der Brandmeldeanlagen ausgelöst Begib dich schnellstmöglich dorthin Und überprüfe die Lage Viel Glück Danke, die auch Florian 1, ein Leitstein Milde Einsatz angenommen Begib dich Ah, scheiße Was ein Scheiß Glück nochmal Oh mein Gott War das knapp Oh mein Gott War das knapp Aber jetzt gibt's keine Schäden Ne, jetzt gibt's keine Schäden Es gibt nur Schäden Wenn das Auto Auf dem Dach liegen bleibt Was der sich jetzt überschlagen hat Ist scheißegal Jetzt gibt's überhaupt keine Schäden Es gibt nur Schäden Wenn er dann auf dem Dach liegen bleibt Oh Mann, ey Ich meine, warum fährt die Karre Auf der falschen Spurseite Auf der falschen Wegseite Auf der Straßenseite Auf der Da sind die Pöller des Todes Dem Ah Alter Ich weiß, ich hab mich jetzt gerade Angehörert Wie ich das drittes Kaninchen Aber okay, bitte Der wollte sie nicht schon mal Schon immer mal anhören Wie das selbst Kaninchen Gepäckausgabe A Ich darf ihn da in diese Gepäckausgabeteile rein Ja, da guckst du schon mal was Entschuldigung Und guckst du schon mal�ы Diegen alerts Ja Macht aber kleiner Platz für mich Guck, die laufen mir alle nämlich einen Weg Ja, guck. Ja, guck. Ja, guck. Hä? 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 Nee, jetzt geh ich. Der stellt sich mir einfach so einen Weg, du Penner. Der stellt sich mir einfach so einen Weg. Wieso soll ich dann hier irgendwen noch retten? Wieso? Wieso sollte ich das tun? Ja, aber wie viele übergewichtige Männer hier rumlaufen, die sind echt unglaublich. Richtig rassistisch, das Spiel. Dass die so viele übergewichtige Männer in den Spuren einbauen. Wo ist denn jetzt der Brand? In der Gepäck-Ausgabe A. Die ist doch hier. Aber hier brennt's nicht. Warum lauft ihr denn dann weg? Es brennt doch gar nicht. Jetzt hab ich Angst, das Teil zu drücken. Und dann krieg ich wieder Stress. Ich will keinen Stress kriegen. Okay, guck ich jetzt lieber hier immer noch in der B-Halle. Da, guck, da. Da brennt's. Aber warum löst dann in der A-Halle der Alarm aus? Das ist so kompliziert. Warum löst dann nicht der Alarm aus? Ach. Stress. So, aber jetzt kann ich den Alarm hier abschalten. Glaube ich. Der B-M-A-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der B-M-A wieder zurückgesetzt. Verstanden. Ja, Glück gehabt. Glück gehabt, das war richtig. Das Feuer ist bekämpft. Ich bin erfolgreich. Und ich geh jetzt zurück zur Central Area. Oh ja. Wir sind in der Medi, 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 in dem Medi, in dem Medi, in den Medi, in dem Medi, in den Medi, in dem Medi. Medi. Oh, geil, oh, geil, oh, geil, oh, geil, oh, geil. Und kann man da gucken, wenn man nicht durch das Schlacht bringt? Aha, da kann man den Aufzug hoch gucken. Das ist dann der, da ist die andere Tür. Das ist ja cool. Der Pilot des Flutes X-Lot 128 wird geblieben, seinen Co-Piloten an der Cocktailbar abzuholen. Der kippt sich nur mal einen rein, bevor er fliegt, der Co-Pilot. Das ist bestimmt praktisch. Ey, Pilot, hast gehört, du sollst deinen Co-Pilot... Hallo. Boah, sind das alles gesichtslose Mörder hier. Ich bin für Typen hier rumrennen. Du sollst den Co-Piloten abholen. Hast du es noch nicht gehört? Du von Duisgleits. Ist mir aufgefallen. Brauchst du mir nicht erzählen. Noch 600 Punkte. Uh, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Glaubt mir. Das schaffe ich. Also, wenn ihr weitersehen wollt, wie es für ihr hier weitergeht. Zweiter unfallfreier Tag, wenn ihr den dritten sehen wollt, der kommt in der nächsten Folge. Dann schaut dann wieder rein. Bis dann, bye-bye und ciao, 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 ciao. Cool Flugzeug. Äh, ciao.